hey leute und willkommen zurück zu pokémon white ach ja 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 jetzt erinnere ich mich wieder ich hab dings trainiert mono wie heißt das? mono situ oder sowas hab ich auf 25 trainiert, es kann jetzt psychoshock ja das wars eigentlich und lichtschild oder geneesung, lichtschild konnte es ja schon vorher also was soll ich großartig hier sagen, wir haben alles erkundigt ich hab pokémon trainiert, das heißt wir können nur noch eine sache in dieser stadt machen und das ist die arena 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 arena, was hat die nochmal für pokémon, das weiß ich grad nicht passt elektro ok elektro los, ich warte auf mein taxi ja, ok aber die arena ist aber auch voll cool, finde ich echt klasse gemacht ja, wollen wir mal loslegen, mal gucken ob wir eine chance haben mit mono situ ich hoffe ich spreche den namen richtig aus wenn nicht, egal sonst sagst du mir jetzt einfach unter äh nein, brauchte eigentlich nicht sagen ähm psychoshock funkship Leute, dieses pokémon zu trainieren, das war hölle es ist, die einzige attacke die es konnte, war kraftreserve und das hat auch nicht grad viel abgezogen gegen die gegner, gegen die ich gekämpft hab, also hab ich das pokémon mal eingetauscht und mein anderes pokémon eingesetzt nebenbei hab ich dann auch ein bisschen mein andere pokémon trainiert, aber nur ein level, glaube ich mal sehen mal sehen was hab ich denn hier surykex 27 mebrana 29 evo zap auf 28 ähm, ich glaub nicht, dass die arena leiterin für uns ein großes problem darstellt ich weiß nicht ich fühl mich irgendwie stark naja, vielleicht ein bisschen oberpower bin hier tja, aber ich bin eigentlich meistens so ich muss genau ungefähr im gleichen level sein wie die arena leiterin oder wie mein rivale und ja die ist im maul gar so am Anfang fand ich das so süß, aber jetzt nicht mehr, wirklich hm so, nen trank geb ich jetzt dings monosito Telefon klingelt bis gleich so Leute, wieder da äh wo ist der trank? ich hab grad gedacht ähm ich will jetzt mal hier ein paar dings leveln monosito so egal, so um nicht hier rum ... okay nicht kennst das wir sehen ob deine älter strengreich sind du schnösel hier ah du schnösel hier Oh shit, fürfeuble, nein! Oh. Yes, gut gemacht. Das war's. Und jetzt überlebe ich eine Verfolgung, weiß ich nicht, die Nitro-Ladung, ach schimpf, komm schon überlebst du, komm, ja. Bis zum nächsten Mal. Also ich glaube, diese Arena ist einer meiner Lieblings-Arena. Jetzt nicht wegen der Arena-Leiterin allgemein, wie das da gemacht wurde. Komm schon, Balebe. Oh fuck, Schockbeile. Oh fuck, Schockbeile. Oh fuck, Schockbeile. Das war's. Das war's wirklich schon. Keine Trainer mehr. Also wir gehen jetzt zum Pokémon-Center und dann mach ich Schluss. Weil ich glaub nicht, dass ich den Kampf hier noch in einen Part reinkriege, auch wenn ich noch 6 Minuten hab. Man weiß ja nie. Und ich möchte, dass ihr den Arena-Kampf mitzieht. Japp. Was riechen da wieder Japp? Was finde ich denn dauernd? Ähm. Ja, also wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und tschau! Wie wird einip provider去了. known? Bei guter Grad. поставieren können. Geben. Vielen Dank.